Der kaltblütige Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke ist noch lange kein Fall für die Akten. Ganz im Gegenteil, es gibt brisante Spuren, die eine Verbindung zur Mordserie des NSU nahelegen. Und ins Visier gerückt ist mal wieder ein Sicherheitsmann, der Verfassungsschützer Andreas Temme. Er hatte dienstlich mit dem mutmaßlichen Mörder von Lübcke zu tun und er war unmittelbar in der Nähe, als einer der NSU-Morde passierte. Nur ein Zufall? Der Fall ist mehr als ein Krimi, er führt in einen rechten Abgrund. Christian Stücken und Jonas Miller. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Am 2. Juni 2019 wird er aus nächster Nähe auf seiner Terrasse erschossen. Dringend tatverdächtig der Rechtsextremist Stefan Ernst. Doch der Mord gibt immer noch Rätsel auf. Woher stammt die Tatwaffe? Gab es Helfer aus dem rechten Spektrum? Jetzt haben Jonas Miller und seine Kollegen vom Rechercheteam BR Studio Franken und Nürnberger Nachrichten Akten des Polizeipräsidiums Mittelfranken überprüft und fanden einen immer wieder vermuteten Zusammenhang bestätigt. Also uns ist aufgefallen, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke und den NSU-Morden. Und zwar taucht da ein Name immer wieder auf. Das ist der Name des Verfassungsschützers Andreas Temmel. Der ehemalige Verfassungsschützer Andreas Temmel saß am 6. April 2006 in einem Kasseler Internetcafé. Dort wurde der 21-jährige Halit Yozgat mit zwei Kopfschüssen vom NSU ermordet. Temmel will davon aber nichts mitbekommen haben. Günter Rudolph saß im NSU-Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags. Herr Temmel muss etwas gesehen haben. Er hatte nach unserer Auffassung Informationen, dass an dem Tag was passiert. Er hat sich nicht zu erkennen gegeben. Und das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Er hat mit einer rechten Quelle damals unmittelbar vor der Ermordung Kontakt gehabt. Und jetzt taucht Herr Temmel wieder auf in Zusammenhang mit der Ermordung des Regierungspräsidenten Dr. Lübcke. Nach dem Mord im Kasseler Internetcafé wird Temmes Wohnung durchsucht. Man findet Waffen bei ihm. Nazi-Literatur. Die Polizei prüft Verbindungen zu anderen NSU-Morden. Zum Beispiel zu dem am Blumenhändler Enver Schimczek in Nürnberg, dem ersten NSU-Mord. In den Akten findet Jonas Müller die Aussage Temmes, dass er zur Tatzeit im Kino gewesen sein will. Ein Geldtransporterfahrer aus Kassel bestätigt das. Doch genau dieser Fahrer befand sich laut Akten 2005 selbst bei zwei NSU-Morden in München und Nürnberg in Tatortnähe. Sein Diensthandy lockte sich dort ins Funknetz ein. Das ist natürlich eine sehr auffällige Sache. Und deswegen haben die Ermittler dann den Geldtransporterfahrer auch ins Visier genommen. Dabei spielt auch diese Waffe eine Rolle. Die Ermittler stellen fest, dass Temme und der Geldtransporterfahrer in Kassel gemeinsam in einem Schützenverein waren. Dabei soll der Geldtransporterfahrer mit einer Rossi Modell 27 geschossen haben. Mit dem Modell, mit dem auch mehrere Jahre später, im vergangenen Jahr, der CDU-Politiker Walter Lübcke ermordet wurde. Stefan Ernst ist schon vor dem Mord an Walter Lübcke wegen rechtsextremer Straftaten verurteilt worden. 2009 hielt ihn der hessische Verfassungsschutz für abgekühlt. Aber offensichtlich war Stefan Ernst weiterhin Mitglied der Kasseler rechtsextremen Szene, wie auch der ebenfalls tatverdächtige Markus H. Kritik aus dem hessischen Landtag. Meine Vermutung ist, dass Stefan Ernst und Markus H. in dieser Szene drin waren, in dieser Kasseler Neonazi-Szene. Und dass sie natürlich auch nie abgekühlt waren. Sondern dass das eine Fehlinformation, eine Fehleinschätzung des Landesamts für Verfassungsschutz war. Das war eine sehr verheerende dann, die Herrn Lübcke dann das Leben gekostet hat. Inzwischen ist bekannt, dass Andreas Temme in seiner Zeit beim hessischen Verfassungsschutz auch dienstlich mit Stefan Ernst befasst war. Das räumte der hessische Innenminister im vergangenen Herbst ein. Wie genau, das steht in einem Bericht des hessischen Verfassungsschutzes. Darin wird Andreas Temme erwähnt. Und auch Stefan Ernst taucht elfmal darin auf. Doch mehr erfährt die Öffentlichkeit nicht. Dieser Bericht ist für die nächsten Jahrzehnte gesperrt. Da spielt Herr Temme die dubioseste Rolle. Ich halte ihn nach wie vor vor unglaubwürdig. Ich glaube, Herr Temme weiß mehr, als er bisher gesagt hat. Und das muss aufgeklärt werden. Das dürfen wir als Rechtsstaat nicht lockerlassen. Es gibt noch vieles zu klären. Jonas Miller fragt sich, ob der Geldtransporter vielleicht bei den NSU-Morden eine größere Rolle gespielt hat. Da gehen die Ermittler derzeit den Fragen nach, ob dieser Geldtransporter dafür eingesetzt wurde, Waffen oder Täter unentdeckt an Polizeikontrollen zum Beispiel vorbeizuschleusen. Das ist eine ganz wichtige Frage, die da im Raum steht, die auch bislang noch nicht geklärt wurde. Temme wechselte 2007 als Sachbearbeiter ins Regierungspräsidium von Walter Lübcke. Da arbeitet er bis heute. Sicherlich nur ein Zufall. Natürlich haben wir auch Andreas Temme angefragt, aber er wollte sich nicht äußern. Untertitelung des ZF, 2020